Ich glaub es kaum. Am helllichten Tag machen sich wildfremde Menschen für mich zum Horst. Horst. Was ist der Grund? Hypnose? Alkohol? Zu viel Sonne? Horst. Ganz sicher nicht. Das Zauberwort heißt Horst. Aber jetzt mal der Reihe nach. Moin. Darf dich kurz was fragen? Geht um Freiwilligendienst. Was heißt Freiwilligendienst? Horst. Es geht uns darum, dass die Frau Horst vom Familienministerium sagt, wir brauchen Horst. Ich bin kein Horst. Okay. Also ich betreue eine Familie mit einem Horst. Und dann mache ich Besucherdienst im Horst. Heim. Und später war ich auch in der Horst. Hilfe. Und wie Sportverein war ich auch. Leider keine Zeit. Sorry. Also als ich ziemlich frisch in Deutschland war, habe ich mich engagiert. Freiwilligendienst, ja. Habe ich in Horst. Heim geleistet. Na also, die Willigkeit zur Freiwilligkeit ist bei den meisten da. Aber darf es noch etwas mehr sein? In unserem Land brauchen besonders folgende Bereiche dringend Horst.